Was mach ich hier? Ich mach ihn auch. Warum ist da alles zu? Du meinst alles offen. Jungs, das ist ein easy game und ihr... Ist das gerade dein scheiß Ernst? Meinen scheiß Ernst? Jungs, das war nicht Absicht, du Mongorette. Egal, Leonie klatscht das wieder. Aber sie klatscht. Ja, aber jetzt, quiet please. Wie viel? Ich hab minus 15 Punkte die Runde geholt. Wie kann man das nicht hören? Wenn die in den Antworten. Könnt ich jetzt mal Schnauze halten? Nee. Gammelt da hinten auf diesem Haus. Die stirbt, wenn man dir in den Kopf schießt. Ja, also diese... Ich muss vor... Mädchen. Mädchen! Komm rein, komm rein, komm rein und defuse. Komm rein und defuse. Ja, ja, ja. Wo, sag wo, sag wo, sag wo. Links, links, links. An der Tür, rechts. Ja, Marvin, fein. Oben, unten, wenden. Egal, das wollen wir, das wollen wir. Egal, chill. Leonie, chill. Au! Au! Chill doch, Digga. Alter, chill doch. Chill doch, Mann. Ich kann ihn doch... Ich bin jetzt chill. Chill doch. Chill. 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 Du Spassi, Digga. Chill. Was war das? Alter, wär das jetzt grad noch tiefgegangen. Seid ihr vor, habt euch beide noch irgendwie random weggeholt? Dann hätt ich halt zu viel gedrückt und mit euch die wieder gezockt. Hätt geweint. Alter. Kann ich ihn auch passen? Okay, chill, Leute, wir müssen die Runde gewinnen, damit wir ins Overtime... Okay. Spitz. 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 Okay, passt auf, passt auf. Marvin, komm wieder, titsch. Tone down. Der ist down, der ist down, Just. Ja, ja. Aber das ist nicht ne... Das war ne Sophia, Leute. Ja. Ja, Colts. Kick den, Leute. Yeah. Oberzeit. 0-3, Comeback. Warum kann ich dieses Game eigentlich nicht mehr? Das regt mich halt richtig auf. Oh mein Gott. Hinterm Mirror, oder? Also da hinten im... Geh mal vor, Lena. Ich rush rein und kann planten. Auf ihn. Loll. Nice. Nice. Ja, Blitz ist jetzt unten. Es ist ein... Ihr wahrscheinlich... Wo ist es? Wo ist es? Das war der Blitz? Holy Shit. Hier hab ich... Hier hab ich den Blitz ein Heller gegeben, Leute. Keine Ahnung. Nein, das Fenster ist offen. 4H3. Marvin, bleibt da nicht stehen. Bleibt da nicht stehen? Nee, ich glaub nicht, das ist... Wie soll ich denn da weg? Keine Ahnung. Das war ein Blackbeard, ich hab sein Schiff gebrochen. Er ist gepoisoned. Nicht weit, ja? Chill einfach. Okay. Ich hab voll Angst. Leg dich am besten... Alles ist offen, egal wo ich mich herstelle. Alter, ich stehe so kacke, ne? Ja. Fuck. Okay, chill. Was machen wir? Was machen wir? Blackbeard und Sophia. Hast du Schild da? Freut du Schild da? Nein, Schild ist nicht tot. Blackbeard 2. 24. Last Operator standing. Äh. Badezimmer, ja? Ich hör die B irgendwo. Ja! Nice! Mein dritter Kick! Wuhuu! Wie gut! Ah! 0-3, Leute! Haben wir gut gemacht. 3-8, Alter. Oh, so schlicht der Klammer. Also, bitte nie wieder so ein intenses Rang. Ja. Oh, episch, Leute! Oh, oh! Marvin, Marvin, episch! Episch, episch! Ich auch! Halt mich fest, bitte! Hältst du mich fest? Händchen halten. Okay, 3, 2, 1... Ah! Black Eyes! Nein! Ach, nein! Black Eyes für Twitch! Fuhre! Hey, Leute, guckt mich jetzt an. Wisst ihr das? Oh, nur das. Wisst ihr das? Black Eyes? Bist du das? Black Eyes? Bist du das? Black Eyes? Bist du das? Mann, ich wollte den sehen. Hättst du den so gekillt, ne? Ich wär gelieft. Als ob du Black Eyes auf beiden hast. Ja, auf beiden. Boah! Oh, das ist so ein Schwenkel gerade, ne? Zeit! Do it! 15 seconds left. Ja, ist okay. Du musst rein, du musst rein, du musst rein! Aua, aua! Aaaaaaah! Was?! Das war so lucky, du! Lappen! Ich hatte null Vertrauen in dich, ich bin ganz ehrlich. Holla, die ist ganz feucht geworden. Oh, mein Gott! Alter, meine Hose ist ganz feucht geworden. Ey, hör dir! Wo ist die, Alter? Ist die? Ist noch nicht drin, ist noch nicht drin! Doch. Ist drin! Fangen die. Ne, sie plantet, sie plantet. Pokémon! Damit habe ich jetzt nicht gerettet. Die Swamp picken, die Swamp picken. Basecure. Ja, ungefähr da war er. Rechts, rechts, rechts. Ah, ich guck grad. Nice one. That's how to play Lion. Die kommen hier, die kommen in den Tunnel. Ja, wer die ab? Ich bin Ella. Wie ich Marvin einfach vertraue, ne? Ich mach einfach meine Fenster hier dran. Junge. Ja, keine Ahnung. Ella. Fahren schnell, doch Deborah fett schneller. Mach mal hier auf, Locken. Ja, komm zu mir. Ah. Sorry, das sah aus wie Hacks. Ich genauso. Spawn pick mal. Ach, ihr macht schon. Ich wurde noch nie in so in meinem Leben gekontrapeekt, Digga. Boah, er hat uns beide weggeholt. Ja, nein. Er ist glaube ich Main Entrance gedroppt. Warum hat er dich nicht geprüfeiert? Er wusste es doch. Warum ist Jäger immer noch ein Wiest, auch ohne Arkog? Sagt er einen Schlaf. Oh mein Gott. Vielleicht bist du auch einfach das Wiest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Er ist nicht drin. Oh nein. Digga, ich schwör's dir. Er war nicht. Er war hinter dem Schild bei mir. Ja, war der auch. Ja, aber sein Kopf war hinter dem Schild. Ach so, yo. Ehrlich, ne? Man hat seinen Kopf wirklich nicht gesehen. Mock ist im Hallway. Noll! Hast du das gesehen? Ich hab gesagt. Ein HP hat der. Ein HP. Mock ist tot. Wenn du ihn einmal triffst. Du auch, fuck. Äh, die Weltklamm ist ganz oben in der Main Lobby. Wo war der, Dennis? Ja, im Flur. Nice. Wett. 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 Was? Ich muss den Fotos stellen. Noll, alles da neben dem Baller. Ey, guck mal, guck mal bei mir. Guck mal bei mir. Ich bin Jäger. Leute. Bei mir ist ein Witz unten. Geh weiter nach links, dann geht der das nicht. Boah, Alter. Ha. Mal. 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 ich war vorkommen die ganze Zeit. Was? Was ist die Beine? Was ist die Beine? Oh dann kriegst du die Beine. Hä? Was ist die Beine? Boah! Ja klar man! Was ist die Beine?